So, versuche ich es mal mit Goldfrancy. So, mache ich diesmal auf 5 Linien und mache mal einen Buzzer dabei. Machen wir auf 40 Cent, vielleicht kommt der Buzzer ja jetzt mal aus dem Quark raus. So, versuche ich es mal aus. Hoffentlich kommt der Buzzer mal aus. Oder ein paar Freispiele mal. Da war der Totenkopf. So, versuche ich es mal aus. So, versuche ich es mal aus. So, versuche ich es mal aus. Schauen wir mal, gerade ein Spielewechsel hier passiert gar nichts. Da ich hier nicht so viel Glück mit Freispielen habe, versuche ich es mal mit Goldkappen. Mal schauen, ob hier vielleicht mal ein paar Pokale kommen. Oder der Buzzer hier mal hoch geht. ... ... Jetzt zieht hier wieder alles so runter. Drei rote T-Shirts. Jetzt zie ich die Reise und die Reise. Hier ist ein paar Reise. Die Reise. Die Reise. Die Reise. Komm Buzzer, jetzt geh wohl. Das habe ich noch nie erlebt beim Buzzer, dass er so schlecht läuft. Ich hätte links nicht einen höher stehen können. Ja, das ist auch so sehr, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na gut, bis später. Hier starte ich mal mit Kairo Casino an dem. Bevor wir loslegen, drücke ich hier nochmal auf Einsatz. Schauen, ob Kairo Casino vielleicht einen schicken Start hinlegt. Schauen, ob Kairo Casino an dem. Ich dachte schon im ersten Dreh wieder kein Feld. Oh. Das war's. Ja. So, weiter geht's. Oh. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Und schon wieder Ende. Ach schade, die 20 Cent wollte ich eigentlich drücken. Oh, nochmal 6 Euro. Ach, schade. Überachten möchte er nicht. Ach, schade. 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 Oh, ich muss ja mal sehen. Oh, schon wiederhend. und Na gut, bis später. So, wie gesagt, ich will mal ein bisschen kurz und querspielen, machen wir mal Honeybee. Gucken, ob die Biene gut gelaunt ist, ob sie ihre Blume findet heute. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Du bist aber eine faule Biene, ich dachte immer Bienen sind fleißig. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Ja, guck mich nicht an, du sollst da hinfliegen. Wahnsinn, bis später. Ja, guck mich nicht an. Ja, guck mich nicht an.